Hallo, treue Borussia Mönchengladbach-Fans! Lass uns über ein kontroverses Thema sprechen. Bevor wir jedoch die Nachricht beginnen, vergiss nicht, dem Video schon einmal ein Gefällt mir zu geben, um deine Liebe zum Borussia zu zeigen. Lassen Sie uns über die umstrittene Rückkehr von Max Eberl zum Borussia-Park als Trainer von Leipzig und die Reaktionen der Fans sprechen. Wie erwartet, verschonten die Fans Eberl nicht vor Kritik. Und Anti-Eberl-Gesänge halten durch die Ränge. Wir erinnern daran, dass sein Abschied von Borussia im Jahr 2022 von Kontroversen geprägt war. Aber der Sportdirektor von Gladbach, Nils Schmadtke, bestätigte, dass er nach dem Spiel im Namen des Klubs mit Eberl telefoniert hat. Es scheint, dass es keine Feindseligkeit zwischen ihnen gab und Eberl verließ das Stadion laut Schmadtke mit einem positiven Gefühl. Jetzt möchten wir die Meinung unserer Fans hören. Wie fühlt ihr euch über die Rückkehr von Eberl und die Reaktionen der Fans? Hinterlasst eure Kommentare und lasst uns Borussia weiterhin unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Dort Lim Endes im